Sarah, hier ist Andi Borg! So wie du mich berührst, so wie du mich küsst, so wie du mein Herz zum Strahlen bringst, heut Nacht, das tut so gut. Und wenn du mich verführst, geht die Sonne auf und mein Herz fällt jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel rauch. Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, mein Sonnenschein. Sarah, so süß wie Sommerwein. Sarah, sei heut Nacht mein. Jeder Kuss wie Sommer und mein Herz wird warm. Ich liege tausend Träume lang, verliebt in deinem Arm. Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, mein Sonnenschein. Sarah, so süß wie Sommerwein. Sarah, sei heut Nacht mein. Hörst du auch, wie Mandorinen, ja, die spielen unsere Lied. Sternen fallen vom Himmel, ich bin so verliebt. Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, mein Sonnenschein. Sarah, so süß wie Sommerwein. Sarah, mein Sonnenschein. Du musst der Sommer sein. Gemeinsam. Sarah. Hörst du das? Nein, Sonnenschein. Herrlich. Wahnsinn. Vor fünf Jahren hast du uns deine Sarah zum ersten Mal vorgestellt. Ihr feiert also in diesem Jahr hölzerne Hochzeit. Aber jetzt musst du uns mal kurz sagen, wer ist denn eigentlich diese Sarah? Wir wissen ja alle, deine Frau heißt Birgit. Also, eigentlich sind alle Sarah, die jetzt mitgesungen haben. Seid ihr die Sarah? Wo sind sie? Die Saras. Sarah. Du musst der Sommer sein. Dam-pa-da-da-dam. Andi, pass auf. Also, ich stelle da auch gar keine weitere Nachfrage mehr. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer möchten noch was ganz anderes von dir wissen. Wir haben viele Fragen bekommen. Hier fragt jemand, bei der Schlager-Strand-Party, hast du einen Handstand geschafft? Ja. Wie hältst du dich eigentlich so fit? Indem ich einmal in meinem Leben im Fernsehen einen Handstand mache. Das reicht. Glaub mir das. Dafür war er aber sehr gut. Ja, wir wurden ja gehalten. Ja, aber deine Haltungsnoten waren besser als meine. Das habe ich mir im Nachgang angeguckt. Hier fragt jemand, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine andere Frisur auszuprobieren? Ich habe das zu Hause gemacht mit so einer App und als Tipp von dieser App kam immer raus, Telly Savalas. Und das habe ich für die jüngeren Zuschauer, das war ein glatzköpfiger Inspektor aus dem Fernsehen. Aber das wollte ich dann doch nicht. Jetzt kennt ihr mich doch schon so, oder? Und wir lieben ihn alle so, unseren Andi Borg.